an der nächsten location angekommen tausendmal durch den schnee gestapft aber ich meine viele von euch werden diesen anblick kennen glaube ich zumindest ja dann schauen wir uns das ganze mal an ich war schon mal da bilder habe ich schon gemacht und jetzt sind wir mal im winter da guckt euch den schnee an alle krass 20.000 meter schnee so bin mal gespannt außen waren im endeffekt sachen das video überwacht ist mal schauen ob uns eine video kamera auffällt oder ob das ganze nur ein blöffer video habe ich ja hier noch nicht gedreht krass keine ahnung ob hier die kamera irgendwo hängt ich glaube es nicht alle komplett weiß hier kopf alles der sowas mega also dann alles Alles vereist. Alles vereist. Jetzt hat's jetzt fast auf die Fresse gehauen. Warte mal, ich erspricht mich, bevor ich jetzt feierlaufe. Alter, hier ist... Wer ist da drüben? Was war denn das? Das hier war. Das hier war der Schwimmbereich. Das war auf jeden Fall der Schwimmbereich, aber... Delos Place hier. Delos Place hier ist echt tricky. Alter Solarium. Hier stehen noch die alten Chemikanen hier oben. Da hinten. Und das hier, glaube ich, war die Sauna. Hätte ich jetzt mal behauptet. Ja. Das Dampfbad war das. Das Dampfbad. Ich denke, dass die Location zur Erkenntnis ist. Hä? Das Dampfbad 24. Da hinten. Ach, das sieht man innen drin. Das Dampfbad. Das Dampfbad. Scheiße, wir haben jetzt so weit wie weit. Ha! Los, Taschenlampos. Da hinten wird's dunkel. Da vorne ist das alte Schwimmbad. Da geht's auf jeden Fall die Treppen runter. Boah! Da wär's nass, Alter. Wenn's dann aufpasst. Ja, sag ich, du musst ein Rausfaller werden. Da haben wir die ganze... Schau mal, das wär geil, oder? Schlittschuhbahn. Auf jeden Fall wieder. Da kapat mir das wieder. da unten haben sie wieder zugemacht da hinten ist die feuerleiter und da ist aber noch mal pool oder irgendwas nur von personal sauna wahrscheinlich das war auf jeden Fall der Außenbereich genau das ist jetzt die eigentliche Therme das hier ist jetzt die eigentliche Therme so Freunde jetzt geht es in den unteren Tharmenbereich das hier ist der unteren Tharmenbereich das hier ist der unteren Tharmenbereich der Spruch drückert mich immer wieder wenn ich da bin im FKK Bereich sind Taucherbrille nicht erlaubt der Spruch drückert mich immer wieder alle und das hier war der Außenbereich also quasi es war anscheinend der FKK Bereich da kann man keine Taucherbrille verwenden krass 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 die hat komplett abgequattelt und auf der frühe rein und komplett zugemacht die hat die 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 eine die 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 So, gehen wir wieder. Wieder ein Kunde oder ein Piech oder so. Hatz, Maus. Eine Maus, ja. Praten. Leise rieselt der Schnee, ab heizt man ja auf den Kopf. Schatz, wie viel Schnee hier ist. Das kennen wir auch, Alter, einer anderen aus. Einer aufbauen. Wollt, ey. Alter. Du musst ja aufpassen, wo du noch bist. Rückzug. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Kommentiert. Und ich würd sagen, wir sehen uns. Was sagst du Jens dazu? Schreibt, fragt. Wenn wir nicht verzunken sind, darf ich das Video auch noch hoch. Nein. Sowas machen wir. Nur wenn ihr nicht verzunken ist. Wahnsinn. Ich bin nicht ganz sicher. Ich bin nicht ganz sicher. Also Leute, wir sehen uns.